Hallo ihr Lieben, wir machen erstmal gerade ein bisschen Party. Ich begrüße euch auf dem Turm und eigentlich wollte ich nur zum Briefkasten oder beziehungsweise zu meinem Tresor, aber hier ist so schöne Stimmung. Oh, Kinders. Ach, Mensch. Mensch, Mensch. Hm. Ich muss also oben die blöden Dinger wegmachen. Ach, Mensch, das will ich doch nicht. Du hast duldet keine Fehler. Also werde ich nicht scheitern. Ach, du eier Arsch, weg. Nein, ich bin doch weg. Nein. Weg. 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 Habe ich eigentlich mal keinen Trank oder was? So eine Scheiße hier. Munition habe ich auch nicht. Das ist halt Munition. Hier hinten ging es mir besser. Ich bin mir besser. Dann bin ich mir besser. Zum nächsten Mal. Das ist alles, was dir die Maschine gegeben hat. Oh, hilf, 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 ey. Keine Probleme mit dir. Scheiß. Ach, die Dinger da oben sind immer noch. Wahrscheinlich. Keine schöne. Jetzt hat er keine Dinger da oben. Oh, ja. 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 Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Wo kann ich denn hin? Ich zeig's euch nicht immer wie. Keine Brauer. Keine violette Munition. Da kommt so wieder Rudelweiße. Der ist schon wieder. Scheiße! Scheiße! Mann! Das kann ich noch mal, ey. Nee. Das schaffe ich jetzt nicht noch mal. Das ist, das macht mich sonst... Keine Freunde. Tschöne, komisch. Um die Zeit? Der Urlaub oder was? Wenn der mit hier rein kann, dann ist ja okay. Aber das weiß ich ihm nicht. Weil er sagt, er hat nicht alle Erweiterungen, so habe ich das verstanden gehabt. Hey, wo ist denn, wo sind wir der Reiniger? Nimmst du mir die Übel, aber das kann ich mir jetzt erstmal nicht noch mal antun. Das ist... Ach, jetzt geht der Scheiße los, oder was? Wieso denn? Also werde ich nicht scheitern. Ach, ehrlich? Werde ich nicht scheitern? Aber ich, oder was? Mein Gott, ey. Boah. Wenn du siehst, das ist ein schöner Licht. Nee, das mache ich jetzt nicht. Du siehst, das ist ein schöner Licht. Nee, das mache ich jetzt nicht. Da muss ich erstmal zum Turm gucken, also tut mir leid, hier hätte ich gerne. Aber da habe ich im Moment nicht die Kraft dazu, das nochmal so zu probieren. Das ist ja mein Problem. Leider. Wie reizt hat es mich schon, das zu schaffen, aber... Aber die Luft dafür muss ja auch da sein. Stas ist ja... Zerspielt der Schaden, der leide ich auch. Oh, überall am Blinken. Postfach. Sei gegrüßt. Was heißt ein schönes? Fertig, fertig, fertig. Fertig, fertig. Was ist das? Bitte unterschreiben. Erledigt. Bitte unterschreiben. Bitte unterschreiben. Die ist immer niedlich. So. Was hat die? Oder will die bloß? Brauchst du etwas Neues? Das Everversum hat was. Keine Ahnung. Frag ich was. Aha. Was ist das denn? Das ist eine einfache Gleichung, Hüther. Du hast Silber. Das Everversum hat Güter. Ich habe Silber. Ey, mein Silber hat es richtiges Geld gekostet. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Was war das? Wofür? Ich habe keine Ahnung. Durch richtiges Pferd oder was? Kann ich durch die Quests reiten oder? Deine Rückkehr ehrt mich, Hüther. Ja. Na, der Oberste sieht aber schon sehr mechanisch aus, wa? Okay. Ja. Mütze. Den darf ich nicht. Im Eisenbanner gibt es keine Grenzen. Ach so, habe ich kein Upgrade. Ich habe kein Upgrade-Modul. So, aber der kann weg. Der würde mir selbst mit Modul nichts nützen. Den brauche ich noch. Und den kann ich dann noch. Ja. Ach, bist du doof oder was, wenn du da keinen hast, dann hast du da ja auch keine. Hm. Nein, nein. Es kann nicht so einfach sein. Oder? So. Dann kann ich erst mit dem aufrüsten und dann mit dem. Wow. Was ist denn ein Fominöser? Oh Mann. Ich habe dreimal die gleichen Waffen, aber was? Ist sehr lustig. Ist ja eben. ein Fominöser. Eine, 40, 49, 53. Ich habe ein Fominöser. 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 Ich habe ein Fominöser.